Beeilung, ihr Schnecken! Oh, wie hast du das gemacht, June? Eine Frau zu erschaffen, die nicht durch diese Welt läuft, sondern gleitet. Diese scheidige rote Haar, diese verführerischen Hauer. Greta? Was willst du? Was? Nein, gar nichts, nur eine Anwesenheitskontrolle. Steve! Anwesend und vollzählig, Anwesenheitskontrolle erledigt. Es war ein weiterer Tag im Wunderland und das Team macht sich bereit. Boomer, der Begrüßungsbär. Steve, der Sicherheitschef. Arme und Weide müssen innerhalb des Fahrzeugs bleiben. Und Peanut, der Erfinder. Wir eröffnen das Karussell. Ich habe dafür die besten Pferde. Echt jetzt? Ich glaube, das können wir besser. Du hast recht, Peanut hat was Besseres verdient. Fische! Fliegende Fische! Eine fabulistische Idee! Und wenn man die Flosse berührt, kann man durch den ganzen Pferd fliegen. Hattest du je das Gefühl, das Wunderland könnte echt sein? Natürlich könnte es das. Man kann alles erschaffen, was man sich erträumt. Warum ist das denn hier? Ich bin im Wunderland. Wow, 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 wow! Hallo? Rett um dein Leben! Hier ist ein Mensch in unserem Park! Wir flitzen in die Sicherheit, flitzen in die Sicherheit! Jetzt beruhigt euch alle mal wieder. Ich bin June. Ich habe Wunderland erfunden, als ich klein war. Wer macht denn ein Stachelschwein zum Sicherheitschef? In Deckung, in Deckung, in Deckung, in Deckung! Sieht aus, als hätte ich mich hier in etwas hinein manövriert. Bin schon weg. Was ist mit diesem Ort passiert? Wenn Kinder älter werden, verlieren sie ihren Glauben und ihre Fantasie schwindet. Und da drohte unsere Welt, in die Finsternis zu stürzen. Komm wieder runter, Gandalf. Gaste, Boomer! Es ist Zeit, Wunderland wieder zum Leben zu erwecken. Wir sind gerade Zeugen eines Wunders. Ich will wieder nach unten. Nein! Ihr habt doch die Räder blockiert, oder? Ach so, dafür wird das gebraucht. Ups. So! Nein, 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 nein! Nein! Hey, wir müssen jetzt alle festziehen! Das fühlt sich an wie eine schreckliche Wendung der Ereignisse für uns alle. Sehe ich auch so. Willkommen im Wunderpark. Vorsicht, auffall! Ich werde gleich aufhören, gleich aufhören, gleich aufhören. Na los, gleich nochmal! Aufhören! Und da kann ich äхл Oakley! then i da bei mir. aufhören wir später. na los, gleich nochmal! αυτό